Ja, hallo Freunde, ich bin Christian Schmeier, Paterhofer bzw. Coach, ich bin Psychologe, jemand mit Ausbildung, das gibt's heute noch und ja, wir werden mal wieder eine Dating-Situation besprechen. Nächsten Monat geht wieder einiges los, ich wollte schon darauf hinweisen, ein Verlustangskurs, dann neu, immer noch zum Frühbucherpreis, Selbstliebe-Challenge und auch die Manifestations-Challenge und natürlich meine ganzen Basic-Programme, die es immer gibt. Ja, heute haben wir, gab es ja neulich schon mal ein Video zu Fremdgehen, also der Partner ist fremdgegangen und ja, also wenn manches nicht probieren würden, da wieder klarzukommen, gäbe es keine Paartherapien oder fast keine. Also das muss immer gucken, muss immer unterscheiden, chronisches Fremdgehen oder gleich am Anfang geht schon alles schief zu Sachen, die vielleicht in späterem Zeitpunkt passieren. Ich empfehle auch wirklich nachdrücklich auch, dass umsonst meine zwei Videos Umgang mit Fremdgehen und Leute, ich kann euch nicht immer alle Links raussuchen, wir schreiben mir, Leute, schickt doch mal den Link, Leute, geht einfach auf meinen YouTube-Kanal, gibt ja Umgang mit Fremdgehen ein oder Umgang mit Fremdgehen, Hemmschemaier. Die gebratenen Tauben fliegen nicht in den Mund und ja, heute, was wir heute sehen werden ist, ja, das ist natürlich immer scheiße, wenn man betrogen ist und auch wenn man das wieder hinkriegen will. Einen der größten Fehler, den man machen kann, ist, sich zu viel zu bemühen, weil du bist ja nicht fremdgegangen, soll der andere sich doch bemühen, soll der andere doch die Drecksarbeit machen. Da natürlich kann man mal im zweiten Schritt, aber das sage ich alles in diesen beiden Videos, irgendwann mal gucken, wie ist die Beziehung, die Ehe da überhaupt hingeschlittert, aber am Anfang kann man sich als Betrogen eigentlich entspannt zurücklegen und gucken, was denn andere jetzt da an Feuerwerk abbrennt, weil, ja, du hast es ja nicht gemacht, aber da haben viele unheimlich Probleme mit, weil man dann zu lieb, zu nett ist und ja, hören wir uns das hier mal an von Rini Renetschkola. Hallo Christian, ich weiß noch nicht, ob ich mit diesem Rahmen überhaupt eine Antwort bekomme, aber ich versuche mal mein Glück. Könnte etwas länger mehr werden. In meinem Fall geht es zwar nicht um eine toxische Beziehung, allerdings gab es einen Seitensprung seitens meines Partners. Unsere Beziehungen liefern sich immer super gut, wir sind uns auf Augenhöhe begegnet, waren immer ehrlich miteinander und konnten gut miteinander versprechen, alles hat auf den ersten Blick gestimmt. Ja, das, was ich, das, was ich meine, das ist jetzt, vermuten wir seid auch schon länger zusammen, ist es nicht gleich nach 90 Tagen schon alles schiefgelaufen, ist nicht schon nach zwei Wochen betrogen worden. Ja, jetzt schreiben, haben mir viele geschrieben bei dem letzten Video der Art, ja, sie würden da auch auf jeden Fall Schluss machen. Ja, total in Ordnung, auch das ist eine Lösung dieser Situation. De facto machen aber viele Menschen nicht sofort Schluss und überlegen doch, ob man da nicht wieder zurechtkommen kann, weil ja, die Welt in toxischen Beziehungen ist schwarz-weiß, außerhalb von toxischen Beziehungen ist sie nicht ganz so schwarz-weiß, aber man kann sie natürlich trotzdem schwarz-weiß machen und die Sachen genauso handhaben wie in toxischen Beziehungen, aber viele tun das halt nicht so, ne. Gleich ich mich mit dem Thema Fremdgehen verzeihen, stark auseinandergesetzt habe, habe ich mich auch mit meinen Macken beschäftigt. Ja, sie, also für mich fängt die E-Mail schon, also ist jetzt keinerlei Kritik oder so, aber nur um das mal zu besprechen, schon falsch an, weil du fängst sofort an, dich mit dir zu beschäftigen, das ist aber Schritt 728 in diesem ganzen Prozess, anstatt erstmal klare Grenzen zu ziehen und den anderen erstmal arbeiten zu lassen, so, ne. Kann ich schon gleich vom ersten Satz, kommt da schon so ein bisschen so rüber. Leider muss man an diesem Jahr ins Auge blicken, sollte man sich dazu entscheiden, den Partner verzeihen zu wollen. Ja, aber nochmal, wie ich auch in diesen beiden Videos Umgang mit Fremdgehen ausgelegt habe, verzeihen ist der quasi der allerletzte Schritt oder der vorletzte. Da müssen andere Sachen kommen und die sind großen Teil nicht in deiner Verantwortung, so, ne. Wichtig zu erwähnen ist, dass ich mir nicht die Schuld für die schreckliche Aktion an sich gebe, sondern Verantwortung für die Gefühle übernehme, die ich unterbewusst in ihm ausgelöst haben muss. Ja, stimmig wert, Jahre zu Berge, ey. Auch dieses, ich weiß, das war früher alles, oder auch manche finden das immer noch modern, dieses ganze, ja, ich bin für meine eigenen Gefühle verantwortlich. Ich sag's gern nochmal, wenn dir jemand ins Gesicht kotzt und du findest das nicht gut und der dann sagen würde, ja, ich bin nicht für deine Emotionen verantwortlich, sorry, wenn du das nicht abkannst, dass man dir ins Gesicht kotzt, ähm, das ist nicht mein Problem. Dann ist das so eine Art von, ich weiß nicht, ob der das macht, aber dann ist das so eine Art von Gaslighting oder eine Gaslighting, was du mit dir selber machst, äh, dass du dir doch irgendwie eine Schuld gibst, ähm, aber man muss immer, ähm, Schuld ist sowieso ein ganz schwieriges Konzept, aber mir geht's immer um Verantwortung, ein Partner muss Verantwortung übernehmen, du kannst aber nicht Verantwortung übernehmen dafür, dass dein Partner fremdgegangen ist. Du kannst zwar sagen, aber wie gesagt, das ist Schritt 700, das ist, glaube ich, Schritt 847, dass du mal guckst, wie ist unsere Beziehung da hingekommen, haben wir uns nicht mal richtig gedatet, habe ich ihn vielleicht irgendwo vernachlässigt, aber das heißt ja nicht nur, weil das auftritt, dass man dann zwingend fremdgehen muss, ne? Und auch hier, äh, liegt meiner Ansicht nach wieder ein ganz großer, falscher Glaubenssatz vor, oder könnte vorliegen, musst du mal prüfen, dass, wenn jemand fremdgeht, dass die Beziehung immer schlecht gewesen sein muss. Das ist nicht der Fall, gerade wenn Männer fremdgehen, äh, es ist auch, gibt's ja auch viel Forschung drüber, Männer gehen teilweise auch fremd, weil die Gelegenheit sich plötzlich bietet. Ja, ich hab das Leben nicht so gemacht, es gibt, es gibt nicht nur die lieben Schafe, es gibt auch Wölfe hier unter den Tieren und man kann sich wehtun in diesem Leben, ich hab das Leben nicht gemacht, sorry, aber ist einfach so, das ist einer, natürlich gibt's auch Gründe mit Unzufriedenheit und, aber, ähm, weiß ich nicht, wenn man, äh, keine Ahnung, gerade einen Mann, der vielleicht jetzt nicht gewohnt ist, viel Erfolg zu haben bei Frauen und der länger zusammen ist mit jemand und der, weiß ich nicht, ist irgendwo betrunken auf einer Party und wird total frontal angemacht von einer, ja, attraktiven Frau und keiner kriegt's mit und weiß nicht was, ähm, möchte ich mal sehen, wie hoch der Prozentsatz ist, ähm, wie gesagt, es ist jetzt auch kein Männerbashing, es ist natürlich auch kein Frauenbashing, aber ich wollte eigentlich nur, jetzt hab ich wieder so eine Schleife gedreht, wollte ich eigentlich gar nicht, nur weil jemand fremdgeht, heißt nicht, dass die Beziehung schlecht gewesen sein muss. Ne, also es sinkt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, wenn die Beziehung gut ist, aber es gibt auch, meiner Ansicht nach, gibt's manchmal auch wichtigere Sachen, als dass die Beziehung so gut ist, um Fremdgehen zu vermeiden, zum Beispiel harte Grenzen, dass der Partner genau weiß, oh, wenn ich das mache, dann gibt's Konsequenzen, ne, da wird nicht wie bei Nuva Lanala erstmal alles, äh, äh, also dieser Influencerin erstmal alles, ja, macht doch alles nichts, das verzeihen wir alle, ist kein Problem, und dann schreiben mir, äh, eine Followerin, dass sie, während sie Geburtstag gefeiert hat, kann's natürlich nicht überprüfen, aber hätte sie ihn gesehen mit einer anderen Frau im Hotel in Paris, äh, ja, und ich weiß nicht, wie viele Leute die in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie ihn schon gesehen haben, aber es ist auch wieder ein Lebenskriegsschauplatz, dass da mit anderen irgendwie was hat, ähm, das ist, äh, ja, also wenn du aber da hingehst und sagst, ja, ich verzeihe alles, das ist zum Beispiel eine Sache, die nicht unbedingt in den Fremdgehen vermeide, ne, gut, äh, gucken wir mal weiter, äh, äh, Seitensprüngungen sind ja häufig ein Indiz dafür, dass die Beziehung irgendwo aus dem Ruder gelaufen ist, ja, für Frauen stimmt es mehr als für Männer, und auch mehr für Männer stimmt's teilweise, will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber nicht nur, ne, ähm, das weiß ich jetzt nicht in diesem Fall, ne, das deckt sich auch mit dem, was er mir in einem Ansatz einer Erklärung für sein Befinden gesagt hat, er selber hat sich dabei total schlecht gefühlt, da er gar keine Erklärung oder Rechtfertigung für sein Handeln finden wollte, ja, das ist immer für mich mein liebster Moment in der Paartherapie, wenn da jemand daherkommt und sagt, äh, ich frage das ja immer, warum, was ist der Grund, ne, weil wie soll man irgendwas verzeihen irgendwann mal, wenn man den Grund nicht kennt, ne, und wenn jemand sagt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, warum ich dir immer ins Gesicht kotze, dann weiß, kann diese Person ja auch nicht daran arbeiten, das abzustellen, weil sie ja gar nicht weiß, woran es liegt, die kennt den Auslöser ja gar nicht so, ne, insofern, äh, oder die Person kennt den Auslöser, will den aber nicht sagen, will vielleicht nicht sagen, ja, die war einfach, äh, war einfach hot, Gelegenheit war da, war mir scheißegal, hab ich mal einmal durchgenommen, ja, ist ja auch ein Begründung, ne, aber dann zu sagen, ich weiß es nicht, ja, das finde ich immer schwierig und da, äh, ich meine, wenn Leute bei mir in Paartherapie sitzen, dann geht's ja nicht darum, da irgendjemand fertig zu machen oder so, muss man ja auch beide verstehen, nur dann sag ich auch immer, sorry, da kommen wir jetzt nicht weiter, also da muss, irgendwann muss dann eine Begründung auf den Tisch, so, ne, und auch wenn die irgendwie hohl klingt oder, ähm, aber die meisten wissen es, die wollen es doch nicht sagen, weil es sich einfach scheiße anhört, ne, und dann, ich kenne jetzt deinen Mann, ich weiß es nicht, und dann kommt eben auch, ja, oh Gott, ich schäme mich so, ich schäme mich so, auch das hilft nicht viel bei der Verarbeitung, ne, sowas geht darum, Verantwortung zu nehmen, zu sagen, hey, ich bin ein Mann an Wort, hab ich gemacht, war scheiße, das sind die Gründe, was machen wir jetzt und nicht, ah, geht mir so schlecht, ja, es bringt einen keinen Millimeter weiter, ne, ist vielleicht schön zu hören für dich und ist ja auch schön, wenn er es bereut, aber, äh, für die Verarbeitung, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nichts hilft, aber, äh, wäre natürlich doof, wenn er es gar nicht bereuen würde, aber, äh, so richtig was weiterhelfen tut er jetzt nicht, ne, in der letzten Zeit unserer Beziehung circa drei Wochen bin ich vermehrt in die emotionale Abhängigkeit gerutscht, ja, das ist ja, äh, verständlich, ne, ich meine, Rejection breeds Obsession, also, Zurückweisung und eine Affäre ist ja auch eine Zurückweisung, ähm, brütet, äh, Obsession, äh, ja, das ist so und das, deswegen ist es umso wichtiger, äh, kleinen Kopf zu behalten und, äh, das kann man auch alles lernen, ne, also, ich meine, ich mache die fucking Kurse oder was weiß ich, wo ihr das lernt, also, aber arbeitet wirklich an eurer, oder ein Verlustangskurs, arbeitet an eurer emotionalen Abhängigkeit, so, ne, weil, die ist, hält euch so im Wege, ne, in der Beziehungsgestaltung, ne, und das sind genau diese Momente, wo man einfach dann, vielleicht schon mal vorher mit beschäftigt haben muss oder auch einfach nur den Liebescode mal lesen, ne, mein erstes Buch, steht jetzt auch was drin, und dann weiß man, oh, okay, jetzt muss ich hier harte Grenzen setzen und, äh, alles klar und jetzt nicht irgendwie versuchen zurückzukriegen, also emotionale Abhängigkeit ist total menschlich in so einer Situation, aber ist das, was einem am wenigsten weiterhilft, also, ne, ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, wenn wir uns nicht sehen oder dass ich ihn brauche, um glücklich zu sein, in Anführungsstrichen. Totaler Quatsch, das weiß ich auch nun, äh, das scheint ihn unter, bewusst unter Druck gesetzt zu haben, mir gerecht werden zu wollen. Ja, aber wenn er dir gerecht werden wollte, dann wird er doch nicht fremdgehen, oder? Aufgrund meiner Lebensgeschichte, mit der ich immer sehr offen umgegangen bin und sowas beschäftigt den Partner leider auch mehr, als man denkt, fällt es mir manchmal schwer zu vertrauen. Ja, Gott, wem fällt das nicht schwer, ne? Äh, ich habe mich auch oft in Verlustängsten ertappt, allerdings arbeite ich diese Dinge auch schon echt lange in einer Beratungsstelle auf. Super, hey, super gut, genau, und, ähm, mein Rat ist ja immer so, also, das ist so mein Ende dieses Zipfels sozusagen, ist, nicht nur nach innen zu arbeiten, das ist auch ganz wichtig, ne, ist super, sondern auch nach außen, so ganz klare, auch wenn man sich da nicht nach fühlt, klare Grenzen zu setzen, so, ne? Also, und das ist ja auch Teil in meinem Selbstbehauptungskurs, der uns auch gerade noch läuft, könnt ihr auch noch, ja, könnt ihr auch dieses Wochenende noch einsteigen, ähm, dass ich sage, du kannst natürlich ewig an deinem Selbstwert arbeiten, oder du gehst einfach hin und übst mal, tack, 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 lass jemand an der Schlange nicht vor, ich frage mal, ob ich vor darf in der Schlange, ich, ähm, ich frage mal, ich mache diese Shame-Attack-Übungen, ne, ich frage jemand nach Geld, oder was weiß ich, einfach, um dieses abzubauen, äh, diese Angst vor Scham und so, und direkt an dem Verhalten zu arbeiten, ohne dass du, äh, weiß ich nicht, zehnmal dein inneres Kind jahrelang, äh, jeden Tag zehnmal dein inneres Kind aufmalen musst, und dann, das kannst du auch machen, ist auch alles gut, aber direkt, direkt am Verhalten zu arbeiten, das empfehle ich auch hier, ne, äh, zu sagen, ja, auch wenn ich mich dann noch fühle, trotzdem setze ich klare Grenzen so, ne, und was, was heißt das jetzt natürlich, dass das aufhören muss, das ist ja jetzt alles nicht, wie das so ist, aber auch, dass du sagst, hey, ich gucke jetzt mal, irgendwann gucke ich bestimmt mal gerne bei mir, lass uns mal ein paar Therapie machen, was weiß ich, aber, äh, sorry, ich werde dir jetzt nicht die Arbeit abnehmen, und, äh, muss jetzt auch nicht hier mit dem, ich weiß jetzt nicht, ob das passiert, ich, projiziere jetzt einfach mal, ne, hier mit dem Dackelblick ankommen, und oh, es ist mir so leid, oder, sondern, nee, ich will jetzt facken, 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 facken haben, so, ne, und ich will sehen, dass du das, du das aufarbeitest, dass du mir zeigst, ähm, ja, dass wir weiter in der Beziehung ankommen, ich finde es zum Kotzen irgendwie, ne, also dann, ja, spül mal dein Programm ab, ich sitze hier und warte, ne, so, ne, ähm, in letzter Zeit ist es mir scheinbar nicht so geklappt, wenn ihm wieder ein altes Muster gefallen, das ist mir nun sehr bewusst, ja, aber das ist nicht dein, das ist doch schon die Reaktion darauf, oder verstehe ich das jetzt falsch, dass er weggedriftet ist, also, das ist doch jetzt nicht andersrum, dass du Zweifel bekommen hast, und dann sagt er sich, oh, jetzt hat sie gerade Vertrauensprobleme, jetzt gehe ich mal extra fremd, oder so, ne, so ist das doch gar nicht, du hast es doch vorher schon gespürt, wir wissen jetzt auch gar nichts um die ganzen Umstände hier, und das hat dich doch in die Verlustangst gebracht, oder nicht, wurde das falsch verstanden, ähm, wie dem auch sei, ich habe mich, nachdem ich mich intensiv damit beschäftigt habe, entschlossen, ihm zu verzeihen, also so, vielleicht fehlen mir jetzt hier entscheidende Informationen, viel zu früh, das ist Schritt 1768 vor dem ersten Schritt, so, ne, und den ehemaligen Seitenspruch als eine Art Neustart anzusehen, das ist ja grundsätzlich richtig, das sind, wichtige Schritte, aber das kann erst passieren, wenn dein Partner vollständig Verantwortung übernommen hat, und sich auch mal ein bisschen abgearbeitet hat an dir, so, ne, ähm, und wie gesagt, ich kenne, mein Gott, vielleicht ist er mal, äh, sturzbesoffen, ist irgendwas gelaufen auf der Skifreizeit, äh, ja, Menschen machen Fehler, ich finde auch, man kann das grundsätzlich, äh, verzeihen, aber nicht einfach so, ne, da muss der andere, also jetzt fallt nicht in diese Falle von, ich verzeihe alles, sondern, ja, der andere muss sich das verdienen, so, ne, dass du ihm das verzeihst, so, ne, meinem Partner geht das richtig, richtig schlecht, er kann mir nicht in die Augen sehen, ähm, weint vor seiner Halmer-Mannschaft, weil er nicht weiß, also, steht natürlich was anderes hier, ne, weil er nicht weiß, wohin mit sich, ja, ich will das auch gar nicht abstreiten, dass es ihm, ich will es auch gar nicht sagen, dass das, wie gesagt, hier sind relativ wenig Informationen, vielleicht ist es wirklich überhaupt nicht gefaked, und er leidet wirklich so, und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, aber das, äh, das ist nicht das, was wir hier haben wollen, was wir hier haben wollen, ist Verantwortung übernehmen, und sagen, es gibt die und die Gründe, warum ich das gemacht hab, und auch so beschissen, wie sich das anhört, deswegen hab ich das gemacht, und, äh, mein, was man hier schon sieht, ist, ähm, meine, schon eine gewisse Unruhe zu bemerken, dass er dich vielleicht verlieren könnte, und das ist auch gut, finde ich, ne, also, äh, aber wie gesagt, das, äh, vielleicht, vielleicht filmen jetzt auch Informationen hier, dass man das nicht so, dass man vielleicht sagen würde, wenn die Informationen da wären, ja, jetzt seid ihr an dem Punkt, ich weiß es nicht, aber kannst ja mal gucken, was du aus dieser E-Mail hier so rausziehen kannst, was ich hier vorlese. Ähm, ja, wie gesagt, wünsche niemandem, dass es ihm schlecht geht, aber, ja, das glaube ich nur, was, was ich mir wünschen würde, wäre hier Verantwortung übernehmen, man könnte ein bisschen weniger, ähm, traurig sein, und was weiß ich, sondern sagen, ja, lass uns mal gucken, das waren die Gründe, und das werde ich in Zukunft tun, dass das anders ist, so, ne, und ich würde gern das und das tun, um das wieder gut zu machen, das fühlt mich ja so, ne, äh, er hat das Gefühl, mir nie wieder so entgegentreten zu können, wie es sonst immer der Fall war, ja, aber wenn das so wäre, dann müsstet ihr euch, weiß dann soll er an der Beratungsstelle gehen, das ist, was ich immer wieder sage, mit diesem Retten, nimm ihm diese Arbeit nicht ab, du kannst das sowieso nicht, so, ne, ja, dann soll er daran haben, wie gesagt, und von Schuldgefühlen, die brauchen wir meinetwegen, also meinetwegen brauchen die gar nicht, selbst habe ich schon mal gar nicht, von Schuldgefühlen, ja, meinetwegen, okay, ja, vielleicht ist es okay, die zu haben, und vielleicht ist es auch sinnvoll, aber, sag ich mal, vom Verarbeitungsstandpunkt bringt uns das nicht viel weiter hier, ne, weil, dass es nicht, Schuldgefühle haben, ist nicht gleich Verantwortung übernehmen, so, ne, er sagte, liebt mich, wüsste aber nicht, wie wir das jemals schaffen sollten, ja, das ist nämlich genau das Problem, ich sage immer wieder Fakten, 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 und was macht sein Partner hier, er schafft noch mehr Distanz, er schafft noch mehr Distanz, in dem er sagt, ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen, das ist dein Spruch, sollte das sein, ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen, aber er sagt das, er müsste sagen, ich werde alles tun, ich werde mir die Hacken abwetzen, dass es wieder in Ordnung kommt, ne, und, ähm, und er sollte jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, wie wir das wieder schaffen sollen, ja, dann, er ist auf den Film gegangen, er ist doch der Mann, wer soll das denn sonst wissen, so, ne, also, Frau Kahn, also, ja, ihr versteht das schon, ähm, und, äh, an Schatz schafft er jetzt noch mehr Distanz, und da frage ich mich schon, gibt es nicht vielleicht noch andere Gefühle, die er nicht sagt, weil ich, wie gesagt, rein projiziert, ich weiß es nicht, manchmal gibt es ja auch noch Gefühle für diesen, für diesen Seitensprung, und, äh, vielleicht denkt er deswegen, ich weiß nicht, wie er es schafft, also, vielleicht sagt er nicht genau das, was er denkt, so, ist natürlich auch menschlich, aber, ähm, äh, ich bin zuversichtlich und entschlossen, er verängstigt und eingeschüchtert, sagt, ja, und es sollte eigentlich, ich will es nicht sagen, es sollte andersrum sein, aber, er sollte zuversichtlich und entschlossen sein, und du unsicher eigentlich, oder, ich habe irgendwas falsch verstanden hier, er weiß nicht, was er will, scheint sich irgendwie selbst im Weg zu stehen, ja, aber wenn dein Mann nach dem Fremdgehen oder dein Partner immer noch nicht weiß, was er will, dann würde ich mir an deiner Stelle genau machen, wo soll denn das enden, äh, denkt jetzt noch drüber nach, ob das ist vielleicht doch eine gute Idee bei dieser Seitensprung, aber gut, ich bin wirklich, ich muss auch wirklich sagen, ich, diese ganze Arbeit hat mich auch ein bisschen kaputt gemacht, dass ich, oder auch meine eigenen Erfahrungen im Leben, dass ich viel mehr immer überlege, okay, was könnte, was könnte da vielleicht noch jemand meinen, was er nicht sagt, was vielleicht nicht so positiv ist, ich habe das früher alles immer viel positiver gesehen, jetzt sehe ich es eigentlich immer eher vom Negativen, weil ich immer denke, was kommt denn jetzt noch alles raus, ähm, aber vielleicht bin ich da auch zu krass, könnt ihr ja mal kommentieren. Äh, ich bin der Meinung, es lieber zu versuchen, anstatt sich zu fragen, was geklappt hätte, ja, du machst jetzt, das ist genau das Zeichen, dass du die Arbeit machst und er muss die Arbeit machen, ne, natürlich können wir scheitern, aber es kann dem auch gut werden, wie kann ich ihm die Angst nehmen, ne, er muss dir die Angst nehmen, dass er wieder fremd geht, das ist total verdrehte Welt hier, ne, äh, er hat allerdings auch einen stressigen Wochenplan, ja, it's not your fucking business, also wenn er sich in so einer Situation Arbeit noch wichtiger ist, wo stehst du denn dann, also ich finde, du könntest dich viel wichtiger nehmen, mach auch mal Modul 1, äh, so, oh, jetzt kommt wieder ein Bämmer, oh, jetzt kommt wieder ein Bämmer, okay, äh, ich akzeptiere seinen Wunsch nach Abstand, boah, er sollte deinen Wunsch, der jetzt aber nicht ausgedrückt wird, nach Abstand respirieren, er sollte um dich kämpfen müssen, anstattdessen distanziert er sich noch, ey, also wo ich heute stehe, und ich sage jetzt nicht, dass das besser ist oder so, wo ich heute stehe, ich wäre wirklich in fucking Lichtgeschwindigkeit, wäre ich 10 Kilometer weg, ich will jetzt nicht sagen, dass ich sowas nie verzeihen könnte in einer länger laufenden Beziehung, das will ich gar nicht sagen, bin eher skeptisch, aber man weiß es nie, wenn es, ich habe das ehrlich gesagt noch nie so richtig so erlebt, ähm, zumindest nicht bewusst, ähm, und, äh, aber was ich sicher weiß, ich wäre am Mond und würde sagen, okay, hier ist erstmal Erd-Mond-Distanz-Abstand, äh, also, das musst du jetzt überwinden, also, ich bin ja erstmal hier, ich habe nichts, ich habe das nicht gemacht, das ist deine Entscheidung, und, äh, er führt, also garantiert null, umso, null darum kämpfen, null, 0,000, wirklich, schon klar, wenn man jetzt ewig zusammen ist und hat super Zeiten und ich sage, ja, okay, können wir mal gucken, aber kämpfen, der andere muss kämpfen, der doch, der ist so fremdgegangen, ne, oder die andere, ne, ähm, äh, das braucht er schon immer, er isoliert sich und ist viel mit sich selber beschäftigt, naja, vielleicht wäre es ja auch mal Zeit zu gucken, ob hier so ein gutes Matchzeit, weil ich will jetzt nicht in Abrede, oder vielleicht doch nicht so ein gutes Matchzeit, wie ihr denkt, aber ich will dir da jetzt überhaupt nichts einreden, ne, wie gesagt, analysiert das vielleicht mal mit Modul 1 oder so, äh, vielleicht, genau, vielleicht war es trotzdem toll, auch wenn er ein bisschen distanziert ist, ist alles gut, ja. Er hat auch einen stressigen Wochenplan, kommt außerhalb von den allklägigen Dingen mal zum Nachdenken und Reflektieren, er konnte sich darauf einlassen, ab und zu drüber zu sprechen, das sind alles, ja, nicht alles, worum er betteln müsste, äh, und drauf zu schauen, was bezüglich der ganzen Thematik gerade präsent ist, ob er sich was verändert hat, habe mir mal ein paar Tage vor meinem positiven Erkenntnis berichtet, er sollte das alles machen, nimmst du nicht komplett die Arbeit ab, war ein gutes Gespräch, würde ihm gerne den Schmerz und die Angst nehmen, ah, wo sind deine fucking Standards, ah, aber es kommt ja nicht nichts, vielleicht braucht er einfach jemanden, der ihn dabei unterstützt, ja, ihr werdet natürlich super, wenn ihr jetzt schon länger zusammen habt, würde ich auf jeden Fall eine paar Therapie empfehlen, ähm, genau, es würde unserer vorherigen Beziehung überhaupt nicht gerecht werden, dies einfach über Bord zu spaßen, ja, dann ist es so, ne, und jedoch muss ich mich damit abführen, dass die Möglichkeit besteht, einen Schlussstrich ziehen zu müssen, absolut. So, ich bin vorerst fertig, äh, vielleicht bekomme ich heute nicht eine Antwort, würde mich freuen, mach die fucking Kurse, ähm, ich habe noch neulich wieder auf der letzten E-Mail welche angeschrieben, also ich mache ganz, ganz selten nehme ich nochmal ein neues Paar-Therapie-Paar an, also, aber gerade habe ich eher so das Gefühl, ähm, ja, ich habe irgendwie genug zu tun und, ähm, genau, jetzt steht er bei mir erstmal Snowboard, Snowboard-Ausbildung an, äh, so eine formale und, ähm, aber ja, Gott, ich schweib schon wieder ab, genau, naja, habe, glaube ich, alles gesagt und es gibt aber einen Kurs für Paare übrigens, den sieht man manchmal nicht so leicht, weil er nicht auf der normalen Kurseite steht, sondern da muss man über Paar-Therapie oben rein, da habe ich einen Paar-Kurs übrigens. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, schau ihr Lieben. Wir sehen uns bald wieder, schau ihr Lieben.